Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kobo Space Program. In der letzten Folge haben wir dieses kleine Schnuckelchen hier gebaut. Und haben herausgefunden, dass das Teil fliegen kann. Bedeutet, wir werden heute noch ein Attempt machen, das Ding zu starten, zu fliegen. Und dann zu landen und nicht kippen zu lassen. Das wird nicht die größte Herausforderung wahrscheinlich, dass das Ding nicht kippt. Weil das Problem ist, wir müssen das Ding im Wasser landen können, ohne dass es kippt. Ja, huchiii. Jetzt können wir auch mal testen, wie lange es braucht, bis das Teil abhebt. Ich würde ja mal irgendwas mit so 70 km pro Sekunde denken. Aber wir werden es sehen. Wir hätten hier rein, die heute noch ein Runway, was aber irgendwie hier nicht so ganz heil ist. Heb ab. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Alles Schau und Rauch. Wie lange viel viel haben wir jetzt braucht, das Teil? Abheben. Wir fliegen. Schau mal, dass wir die Geschwindigkeit unter Kontrolle haben, dass wir nicht über 100 kmh kommen vielleicht am Ende. Jawohl. Schauen wir mal, dass die die Höhe schnell halten. Und dann langsam wieder Richtung Singflug gehen. Und ja, wir haben es noch nicht gesetzt auf seine Flugfähigkeiten, weil es eigentlich dafür nicht gebaut ist. Es ist ein Landungsflugzeug. Es soll einfach gerade, es soll eigentlich, äh, Landungsflug, äh, äh, ein Boot sein. Also soll es eigentlich rein theoretisch nur landen. Wir sind wieder im Descent. Ein bisschen Schub drauf geben. Nicht schon wieder. Funktioniert das? Funktioniert das? Wirtschaft ist teilsicher, selbstständig umzudrehen. Schau mal, was das Ding jetzt alles kann. Ich bin gespannt. Ausgestattet wäre es ja rein theoretisch nicht schlecht. Es muss nur auf Geschwindigkeit kommen. Das ist ja die größte Herausforderung eigentlich bei dem wackeligen Meer hier. Ein schnellen Flipversuch? Ne, okay. Flug zurücksetzen auf Start. Bedeutet, wir versuchen das jetzt... Wie rollen wir das Teil? Oh, das wird ja wieder nervig. Wir gehen auf 50 Meter pro Sekunde, rollen vor und bremsen dann ab. Ob das funktioniert? Das Pony ist halt, dass wirklich... Ja, kommt auf und hat da so viel Bremsschwindigkeit, dass es irgendwie einfach Flip macht. Das ist ja echt das, was wir nicht wollen. So, okay. Noch ein Versuch. Diesmal mit Wasser... äh... Wasser... Funktion. Warum stehen die auf der Bahn? Achso, du sollst von hinten rein. Aber warum... Hä? Logik, wo bist du? Ich glaube, 50 Meter pro Sekunde sollten wir doch relativ schnell eigentlich nach hinten kommen, oder? Jetzt schalten wir die Seitentriebwerke aus. Hui! Versuche mal auf die Nebenbahn zu kommen. Dann schalte ich den Rückwärtsschub ein, bevor wir wieder ankommen. Und vorhin bin ich hier mit 5 Metern pro Sekunde hier hintergerollt, bis mein Auffall ist, ich hätte schneller fahren können. Rückwärtsschub aktivieren. Jetzt vorhin mal ein Kicken. Bremsschub! Wir haben einen Reifenteil verloren. Alles okay noch. Okay, jetzt können wir wieder auf den Vorwärtsschub wechseln. Jetzt wollen wir eh gemächlich Richtung Wasser. Hui! Bremsung! Das ist halt das generftigste Geräusch. Das hätte ich nie einbauen dürfen. Das ist sogar eigentlich die längste Sache von hier nach unten fahren. Ich lasse es nochmal auf Rückwärtsschub. Das ist gar nicht doof eigentlich. Das kann ich die Beschleunigung wahrscheinlich sogar zurücksetzen. So, okay. Jetzt sind wir im Wasser. Wir sind eigentlich fast so, wie wir sein wollten. Wir sind heute Triebwerke gefahren jetzt hoch. Schauen wir, bis wir zur Insel kommen. Das wäre eigentlich das Ziel von diesem Teil, dass es von Insel zu Insel fahren kann am Ende. Um hohe Transportlasten auch zu machen. Dass wir vielleicht später Forschungsfahrzeuge mit Schiffen bewegen können oder sowas. Oder halt ein Kombinationsschiff. Sind unsere Triebwerke schon auf voller Last? Komm schon, du kleines Ding, du! Wir machen mal SRS aus und schauen, was das Ding dann macht. Ich glaube, wir brauchen einfach bessere Booster am Ende, weil fahren tut es ja. Bis nach unten. Vielleicht braucht es auch Booster mehr vorne, also wie vorne am Kopf verbaut. Weil dadurch, dass hinten natürlich der Schub ist, drückt es sich auch nach unten. Weil schlecht fand, tut es ja gar nicht. Komm schon! Komm schon! Aber abheben könnte es zum Beispiel nie. Einfach, weil es da und abtauchen will. Das ist der erste Versuch, dass wir ein kleines Wasserflugzeug bauen. Äh, Wasserfahrzeug. Dafür ist es gar nicht schlecht geworden, würde ich sagen, oder? Es ist doch nicht wirklich wassertauglich, aber es fährt immerhin auf Wasser. Und rein theoretisch könnte es fliegen. Wie ist das jetzt, wenn wir jetzt hier die Drehung einleiten, offiziell? Kriegt er sich gedreht oder nicht? Kriegt er sich gedreht oder nicht? Komm schon! Okay, jetzt sind wir in der Richtung Oberfläche unterwegs. Und rein theoretisch dadurch, dass die Triebwerke hier auf 100% Last sind, sollte das Teil, sobald wir die Oberfläche berühren, einfach rauskommen und mit Instant voller Wucht auch abheben, oder? Schauen wir mal, ich bin gespannt, weil cool wäre es natürlich schon, aus dem Wasser und in die Luft, instantly. Besser wäre natürlich aus dem Wasser in die Luft, aber aus dem Wasser, aufs Land, in die Luft ist natürlich auch nicht schlecht. Es ist D-Day. D-Day und wir fahren Richtung Land mit unserem Boot. Alter, wir werden so kaputt gewesen. Das Ding ist ja unnützlich, ist fuck aktuell noch. Fahrwerke ausgefahren, schaut auf jeden Fall so aus. Ah, wie sich's beschwert? Also, ganz leicht ist es natürlich noch nicht, wie es scheint. Der Strahl... Schau mal, wie gut das Ding fliegt. Das wäre natürlich auch eine interessante Sache noch. Voll Schub! Schauen wir mal, ob die Bäume hier Collision haben, aber ich glaube nicht, ne? Wäre zu witzig, wenn die Collision hätten. Okay, wir sind fast bei 70. Mal Licht hier drin an. Wir sind bei 78, 79, 80. Wir warten bis zu ca. 85 und dann ist Versuch, oder machen wir bis 90. 90 sollte eigentlich fix funktionieren. Okay, er ist erst an und rauf mit dem Vogel. Vogel ist in der Luft. Der Vogel ist in der Luft. Ich wiederhole. Komm schon. Komm schon. Es fliegt auf jeden Fall. Ähm, es fliegt nicht schlecht. Es ist zwar sehr schwerhebig. Ich weiß nicht, ob ihr... Ich glaube, ihr merkt das nicht wirklich. Aber ich muss echt hier... Viel Mini-Controls machen, damit der gescheit arbeitet. Also viel links, rechts und alles. Damit der überhaupt in die Richtung ca. fliegt, wie ich es haben will. Oder ansonsten sich nicht wirklich bewegt. Jetzt versuchen wir mal so einen Tiefflug durchzuführen. Mit einem eher schwereren Vogel. Oh, mit der Schnauze. Sorry. Also hoch und runter lässt sich das Ding nicht schlecht steuern. Das muss man lassen. Hoch und runter ist das Ding nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. Schau mal, 120 MS pro Sekunde Gar nicht schlecht für so einen kleinen Überflieger Und wir sind ja vorhin genauso schnell Irgendwann rein, versuchen wir mal auch So in der letzten Sekunde hochziehen Juhu Aber wir landen schon wieder auf dem Kopf Okay, ähm X Raumfahrzeug bergen Aber wir haben immerhin einen Flug hingelegt Und das ist gar nicht mehr schlecht Also dafür, dass ich das dann nicht für speziell designt hab Ist das nicht schlecht geflogen Ich frag mich bloß, wieso? Weil es wäre so eine Sache, die ich überhaupt nicht erwartet hätte eigentlich Aber ja, hey, es hat funktioniert und was will man mehr? Wenn es funktioniert, beschwere ich mich nicht Also Es fliegt, es kann bremsen, was will ich mehr? Aber Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal versuche ich, wenn ich irgendwie hoffentlich die Zeit finde, mehr Wissenschaft zu kriegen Ich weiß auch noch nicht, woher, ich muss mir die ganzen Reports durchlesen, wo wir überall schon waren Dann Listen, wo wir noch hin müssen, was sie zu tun haben Das wird eine Riesenarbeit noch Aber ich will halt für dieses Folge 100 Ich würde gerne auf jeden Fall Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht Vielleicht kann ich es irgendwie so strecken, dass ich es hinkriege Ich hätte eine coole Idee dafür Es hinzubekommen ist natürlich eine andere Sache Aber ja Ich hoffe, was gefallen hat Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da Abonniert, wenn ihr noch nicht habt Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Also bis dann Ciao Aaaaaaum Everything changes.